hallo und herzlich willkommen zu ice world ich habe keine ahnung warum es da geht also es geht irgendwie so ein bisschen wir sind allein auf der antarktis und viel spaß also ich weiß wirklich nicht worum es geht aber wir starten einmal rein bzw wir können hier wir können maps auswählen wir nehmen mal frozen wir nehmen snow village oder und christoph sieht auch super aus alter mit dem starten wir zwei mit unserem penguin und uns also richtig schnell geladen also ich dachte jetzt kommen so wartezeiten wie bei gda keine ahnung was aber alles gut gerade auf dem wasser getrunken okay wir können jetzt hier rumlaufen das spiel sieht gar nicht so scheiße aus einfach reingeschmissen ich habe keine ahnung worum es geht also geht auch auf hier es hat keine sounds also doch es hat so ein wind heulen aber so tun und hier ist schnee reingekommen wir schauen uns jetzt die gegend hier mal an ich weiß auch nicht ob das mehr ein verdienst spiel eigentlich ist können wir bäume fällen wir haben auch ausdauer und hunger trinken also du bist und es und leben natürlich auch dieser baum der hält einiges aus können wir den überhaupt film sehen unten auch die holz abholen können wahrscheinlich auch irgendwie kraften inventar wir haben zwölf faser und zehn holz da können wir uns ja hier ein nices hüttchen aussuchen sie ja wirklich alle also wir können die wirklich einfach beziehen und dass sie hinten sieht eigentlich ganz geil aus guck mal hier haben wir schon ein bisschen ort und hier ist schon eingerichtet ist ja wirklich wer ach wir können eben dann zwecks verkaufen können coins kaufen unwahrscheinlich mit den coins irgendwas ach so wir können gerade äpfel kaufen einfach okay das ist ja guck mal das ist ja auch richtig schön gemütlich eingerichtet das können wir auch machen denn wir können ja auch einfach so ein haus bauen ja moin bist du mein hund oh lol der will mich beißen kann nicht gezähmt werden unterschied okay wir haben müssen scheinbar zuerst fleisch finden damit wir ihn zähmen können oder so ja ich würde sagen wir reden jetzt einfach erstmal die die anderen häuser ne ist die tücher schon auch ach so hier gibt es gar keine tür richtig hier ist auch gar nichts die soll ich so chillig aus jetzt auch mehrere räume drin können wir das jetzt so für uns machen wir zum beispiel die holztür guck mal 30 holz alles klar das ist so ein igloo alter komm wir bauen ein igloo bitte weißt du nicht wie wir bekommen kommen wir so schnee hin ich glaube so funktioniert das nicht ich weiß nicht ob wir so schnee bekommen weil wir brauchen halt schnee für den igloo ne keine ahnung ich glaube wir fällen erstmal noch ein bisschen bäume oder das macht am meisten sinn gerade ich fälle mal ein paar bäume und gebrüche updates ne ich würde sagen wir nehmen uns glaube ich in den anfang hier so ein kleines hützchen wir machen uns jetzt nämlich erstmal hier eine werkbank das ist ach du scheiße da alles für eis wir können jetzt jemand tuch herstellen handwerk so das ist zum herstellen natürlich wir brauchen wir alter 20 tücher brauchen wir für ein bett es wird irgendwie schon dunkel ne aber es irgendwie erst neun um morgens klar und hier ist groß und es gibt sogar xp wenn wir diesen stein hauen alter dieser leck stein stein eisenerz gold erz alter wobei ich sehe gerade das werkzeug geht ziemlich schnell runter ist schon bei der hälfte wir können offen machen sondern um erz zu schmelzen ein lagerfeuer hier wo wir oben kommt dann rein aber das lagerfeuer dafür das brauchen wir eisenbahnen wir müssen sogar zuerst den ofen machen ich kann den hotbar verwenden ach so kann ich das runterziehen ich weiß nicht okay drei aber wie kann ich irgendwie drehen dann machen wir den hier mal so in die ecke oder die ecke ich hoffe das ist jetzt vorne yes alter das sieht geil aus okay kraftstoff machen und dann werden wir jetzt mal eisenerz brauchen eisen ich halte ich dir dann sollten vielleicht anfangen hier so steinspitze abzubauen ne scharfer steigen ach so jetzt haben wir natürlich kein holz mehr ne okay was brauchen wir für ein gewächshaus ups vielleicht machen wir besser erst mal das brauchen wir planken tuch und ton dann ja auch fällt mir jetzt erst mal wieder bäume ne es ist schon minus sechs grad ne es ist schon kalt und ich merke gerade seht ihr das am bildschirmrand es kommt zur frost das ist bestimmt nicht gut oh ja das wird echt schnell hier ach du scheiße rennen bruder wie der rennt alter seinem arm hier okay die eisenbahnen nehmen wir mal raus ich habe das spiel schon ziemlich gut verstanden würde ich behaupten erstmal werkzeug weil mit dem was wir haben kommen wir nicht mehr so lange so weit wir gehen jetzt raus in die eisige kälte ist ja mittlerweile richtiger schneesturm hier ja blizzard steht unten auch ach du scheiße aber ich fange richtig schnell ein guck mal wie der rand kommt so erstmal zum feuer hier stehen also ich würde jetzt eigentlich als nächstes am besten hier auf das anbaugrundstück gehen also das spiel heißt ja hier ist das spiel noch mal reis land oder so da heißt es wird okay ja das hilft natürlich oder ja das heißt wahrscheinlich spielt man hier immer im winter alle leute können bauplan machen okay das machen wir mal weil dann können wir schon mal das familie fort und weißt du mit der karte und wir brauchen 60 ton machen die baupläne mal auf ganz kurz wenn ich will ach wie gelitten also ich brauche halt natürlich eis wie fällen mal noch im baum 2 und dann gehe ich wieder rein ins warme gemütliche zimmer wir kraften uns jetzt einmal ein lagerfeuer und jetzt weiß nicht für ein bett okay können wir das können wir das hier drin platzieren ach tatsache dann machen wir das wie was oh mein gott das geht also ich will nicht sagen aber das spiel ist zwar neu aber bisschen verpackt ich hoffe man kann das jetzt benutzen und wahrscheinlich sowieso auch mal eine schaufel hier wie das aussieht jungen gibt es jetzt schnee das ist eigentlich ganz klar ja und dann können wir jetzt kurz ein bisschen schnee auslochen vor der hütte auslochen doch sagen ja da bekommen wir auch sand und leben und so da können wir auch glas machen dann können wir uns weil ich glaube so ein die aktuelle temperatur ist zunehmend bitte halten sie sich warm okay mache ich jetzt können wir glas machen dann können wir auch den ofen hier wieder ein bisschen anheizen und hier drüben kochen wir jetzt erstmal ein bisschen wasser oh mein gott ach guck mal wenn wir wegstehen sie steht um eisenbarn okay guck mal minus 31 grad allein hier in der hausecke wir brauchen jetzt trotzdem dann mal noch holz für ein bett ja wir müssen jetzt halt einfach noch einmal ach so ne wahrscheinlich am besten noch ein bisschen graben ich habe sie noch ein bisschen sand und so gewohnt kohle also das ist stimmt geil weil dann müssen wir jetzt hier unser holz nicht verschwenden jetzt haben wir auch wasser kann in der hotbar verwendet werden okay ja so fleisch wäre halt schon auch geil oder eine krabbe oder ein leckerer gegrillter fisch okay leute wissen was mir gerade auffällt guck mal wir haben fast kein essen und kein trinken mehr also ich habe ja eigentlich noch gespottet um diesen einen duter im hütchen wirklich glaube wir brauchen jetzt äpfel weil wir haben ja aktuell noch nichts anderes zu essen also kaufpreis er will 20 für den scheiß apfel naja müssen wir okay aber hier kann man auch fleisch kaufen wir sehen er ist ja viel lukrativer digga das können wir dann auch im bett kraft weil es ja wird halt langsam nach wie man sieht beziehungsweise erstmal könnten wir hier noch kurz bisschen wasser rausnehmen für das fleisch reinmachen wir platzieren jetzt erstmal unser bettchen ich glaube machen das so dass der kopf hier schön ne die füße müssen warm sein schön die füße hier richtung feuer gerichtet dann haben wir garantiert auch nicht kalt so respawn punkt speichern sehr gut können so ein power angriff machen wir können das schmeißen egal wir haben noch etwas warmes zu essen vor dem schlafen gehen hier wo das hat die axt aber richtig kaputt gemacht ne essen wir noch kurz was und dann gehen wir mal schlafen in unser warmes bettchen hier in unserem kleinen ofen in unserem geilen lager voll eigentlich könnte ich das bett an die decke machen würde sagen ich lege mich ins bettchen und wir sehen uns beim nächsten video wie legt das nicht denn hin oh jetzt geht aber die zeit schnell wie kann ich denn aufstehen hallo kann ich aufstehen also